Ich würde dir niemals wehtun. Na komm, ist gut. Was? Ich brauch dich, weil du gut bist. Ich will keinen Spaß haben. Also zumindest nicht mit Emil. Mit wem willst du denn Spaß haben? Dann überraschst du mich. Aber jeder braucht am Anfang doch ein bisschen Hilfe. Aber doch nicht von dir! Überleg dir genau, was du willst und dann setz es durch. Keine Kompromisse. Ich werde es versuchen. Nicht versuchen. Mach! Ich bin nicht mehr das naive Dürmchen, dass man mit 100 Euro im Monat abspeisen kann. Warte, Wolf, das war das erste Mal, dass Sie mir bewiesen haben, dass Sie in der Modebranche ansatzweise bestehen können. Ich liebe dich. Warum rennst du gegen einen Baum? Weil du mich verunsichert hast. Du und ich. Du und ich. được. Du und ich. Der Moment.